Rechtzeitig zu Beginn des Kunstherbstes erscheint unser neues Panass-Magazin, ein unverzichtbarer Wegweiser und auch ein Begleiter durch den vielfältigen Ausstellungsreigen, der nun im September beginnt. Darunter sind Ausstellungen wie Caravaggio und Bernini, Albrecht Dürer oder Richard Gerstl, für dessen ikonisches Selbstporträt wir uns diesmal als Cover entschieden haben. Während des Sommers war unsere Redaktion auf Reisen und wir haben München, Luzern, Leipzig und Dresden besucht. Wir konnten Neo Rauch und Bastian Muhr in ihren Ateliers in der Spinnerei in Leipzig interviewen und bekamen einen exklusiven Vorabeinblick in die Paraderäume des Residenzschlosses in Dresden, die nun ab 28. September eröffnet werden. Ein Blick in unser Magazin lohnt sich also und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.